Das Witz und so kommt heute mit Unterstützung von Grover. Wenn ihr Technologieprodukte ausprobieren möchtet, testen möchtet oder sie nur für kurze Zeit braucht, dann könnt ihr die bei Grover monatsweise mieten. Das Schöne ist, wenn ihr ein Produkt gemietet habt und ihr wollt es nicht mehr oder es hat seinen Dienst getan, dann nimmt es auch keinen Platz mehr weg. Ihr habt nicht irgendwelche Schachteln rumstehen mit Sachen, die ihr bezahlt habt und dann nie benutzt. Und ihr könnt auch immer das Neueste irgendwie euch besorgen. Aber ihr könnt sozusagen ein Abo abschließen für all diese Dinge hier. Computer, Handys und Tablets, Wearables, Kameras, Gaming und VR-Sachen, Spielekonsolen, Home Entertainment, Audio, Musik, Drohnen, E-Mobility und Smart Home. Und ihr könnt das monatsweise dort mieten und solange ihr möchtet monatsweise verlängern oder eben auch zurückgeben, wenn ihr damit fertig seid. Es gibt hunderte von Produkten, Laptops, Macs, PCs, all diese Dinge. Ihr könnt auf der neuen Website, die haben sie überarbeitet, euch ein bisschen umschauen, was es dort alles gibt. Ihr habt dort eine GoPro Hero 5 zum Beispiel oder ihr nehmt euch eine Oculus Rift und probiert die einfach mal aus. Und wenn ihr damit fertig seid, gegen was anderes umtauschen. Ja, und sagen, ich will jetzt irgendwie die andere GoPro oder die von, wie heißt das, von Polaroid, gibt es auch so eine Würfelkamera. Und wenn ihr sagt, nee, das ist wirklich genau das Ding, das will ich unbedingt haben, dann könnt ihr es denen auch abkaufen. Oder wenn ihr es über eine gewisse Zeit behaltet, dann habt ihr es automatisch gekauft durch die vorhergehenden Mietzahlungen. Ihr könnt rübergehen zu getgrover.com und euch alles anschauen, was es dort gibt. Es gibt eine Kategorie mit sofort verfügbaren Artikeln und dann benutzt ihr den Gutscheincode Bits, B-E-T-S. Und dann gibt es einen Rabatt auf den ersten Monat einer Miete für ein Produkt getgrover.com. Gutscheincode ist Bits für einen Rabatt von 20% auf den ersten Monat von einem Produkt. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Gutscheincode ist Bitschon.